Untertitelung im Auftrag des ZDF Der Tag, wo ich geschlossen bin, ist es der erste Woche an der Kasse. Jetzt ist es sehr gut. Oder die Woche nicht. Ja, dann musst du auch unter 50m. Das ist das letzte Jubiläte. Ja, und ich weiss das nicht. Vielleicht weiss das, was die Woche nicht. Ich musste arbeiten, sonst wirst du nicht mehr arbeiten können. Das sind die drei Wochen. Ich habe vorher und nachher geht es ein paar. Ich musste auch die Kuchen. Sie haben bald den Drucker vom Backbremscher. Ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert. Ich konnte endlich nach 20 Jahren wieder ein sehr wenig machen. Ja. Also, es bin Herr Drugs. Es ist nicht mehr scheißegal. Ich habe alles, was ich Sie tun? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ja, das ist so schön. Ja, ich weiß 22. Ich bin ein paar Jahre. Du hast ein paar Jahre? Ich habe es noch ein paar Jahre. Ich habe ein paar Jahre. Ja, ich habe es schon hier überflucht. Ja, eigentlich es bei der Wälde. Ja, ich habe das hier überflucht. Die wissen ja, was wir hier haben. Was war für euch? Die Degafilie. Das ist ein Kastoral. Siehst du sonst als Specht? Ja, ja. Ja, der Becker war auch ein Foto. Ja, ich war unten. Der Becker hat einen Foto. Der Becker hat einen Foto gemacht. Du sagst ja. Das ist ein Foto. Ja, das ist ein Foto. Ja, das ist ein Foto. Föfe noch nie, das ist erledigt. Noch nie? Ja, das ist nicht Foto. Komplett Falschgesetze. Weisst du, ich habe noch Kachaf. Nee, ich habe noch zwei Riefer. Ich habe die Foto nicht verstärkt. Ich komme hier an meine Strasse. Ja. 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 Das ist jetzt, wie ich sehe. Du meinst, was ich ... Das ist schon richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, alles. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist so. Ja, ja. ... Du kannst nie den Moduliden-Rechta-Aschnellen hinterlegen. Hey, können wir das jetzt noch so machen? Ja, ich kann von morgen, wenn ich ... Oh, schliess, Papa! Wenn man drei Wochen zurückkommt, gibt es eine Revision im Monat. Den haben wir ohne ... ... oben, den Tisch nicht. Der Schuss auf den Tisch schaue ich Ihnen an. Flotte Zeit. Ich habe nicht mehr gesehen. Es macht mir viel Spaß. Tust du jetzt das Velo-Misch? Päppi, wie bist du jetzt hier? Ich vergebere mich an, ich bin fünf Jahre alt. Du bist ja so dramatisch. Es lässt ja nicht sein, dass der Gäste und der Gast. Das ist ein langes Tag. Ja, das ist ein langes Tag. Dann geben wir plötzlich zwei, dreifelgemer. Zum kleinen Moment. Ich kann nichts sehen. Ich kann ein paar mal rein. Kaffee Vielen Dank.